Er ist absolut brutal. Acht Jahre Training hat er bis bereits hinter sich gebracht. Der macht mir auf jeden Fall Konkurrenz und könnte der neue Unterleiter werden. Time to train, baby. Ich dachte mir, wir starten heute mit Überzügen, um den Rücken ein bisschen vorzupumpen. Überzüge am Anfang, sehr, sehr geil. Das reibt voll an meiner Haut. Am Latt, ne? Ja, ja. Der Junge ist jetzt schon zu breit, scheiße. Wenn ich jemanden sehe, der besser in Shape ist als ich, bin ich jetzt eifersüchtig. Aber ich fühle mich schon so ein bisschen schmäler. Also, boldes Morpheor ist auch bei Profis oder bei fortgeschrittenen real. Dafür denkt er sich hoffentlich, er hat nicht so schöne lange Haare. Ey, das zieht so an meinen Dings her. Ich glaube, ich kann ihn nur nicht mitmachen. Also, for real jetzt. Alter, wie geht das? Ja gut, lass es am Kabel machen. Das ist easy. Also, wenn da jetzt auch den Latt dran reibt, weiß ich auch nicht mehr. Das sieht noch so lange nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Paul stellt das auch nur. Du kannst einfach bei den Kärbeln aufmachen. Ja, ja.